Oh, Nick, was machst du da? Komm, wir wollen los. Hallo, komm, komm, los, los, komm, wir müssen. Ja, wir haben das ja jetzt gerade beendet hier. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir machen können, müssen. Wir haben hier mehrere Sachen. Eliminiere die wilden Gule. Das Werkzeug müssen wir noch beschärfen. Ich würde, glaube ich, erst alles andere spielen. Also, was mit Dima zu tun hat, meine ich. Das hier ist nicht unbedingt mit Dima. Frageanwärter Clark vom Aufseher gesucht. Das ist eigentlich nur, weil ich nichts, was ich finde. Findet die Ladung der Marine. Wo soll denn das sein? Moment, nee, nee. Moment, das haben wir gleich. Das machen wir mal aus. So, jetzt haben wir ja hier, das machen wir auch mal aus. Das haben wir jetzt hier, so. Na, komm. Hallo. Nein, die berichten wir gar nichts. Ja, mit uns nichts zu tun. Ach du Krügerl. Wo ist denn das? Ist das weit weg von uns? Oh ja, am anderen Ende. Was ist hier? Da sind die Ladungen. Was ist da? Da sind auch Kampfrüstungen. Wir haben also zwei Positionen, wo wir das finden. Oder wie? Hier ist auch nochmal. Ach hey, da müssen wir drei. Da müssen wir quer durchs Land. Und wo sind wir jetzt? Wir sind hier unter. Unter dem See. Ja, ich überlege gerade, was wir machen. Ich glaube, die sind wichtig, diese Ladung. Wir brauchen ja nur eine. Aber sie sind nicht so wichtig, dass wir sie sofort machen müssen, oder? Was haben wir denn als nächstes? Ich schaffe den Code für den Todmannsschalter des Windparks. Finde heraus, wo sich der Startschlüssel für die Atomraketen befindet. Und decke die meist geheime medizinische Einrichtung auf. Okay, gucken wir mal. Oh, da gibt es auch einen. Äh, da scheinen wir sogar in der Nähe zu sein. Hier ist auch noch was. Moment. Geheime medizinische Einrichtung. Das ist die Pop. Ach, diese Fabrik. Okay. Und wir müssen dorthin. Das heißt aber, im Klartext, wir können das vielleicht sogar alles kombinieren. Moment. Also, wir haben die Ladung. Dann haben wir das. Dann haben wir hier noch was. Das war aber was anderes erst mal. Das machen wir später. Das eliminieren. Das machen wir auch später. Auch später. Wir gucken mal. Wo soll denn das sein? Da ist die Gerberei. Wir sind nicht so arg weit von der Gerberei. Ja, okay. Dann würde ich vorschlagen, wir machen, dass wir hier rauskommen. Der Nukle ist, wo ist der? Der ist hier. Wenn wir hier raus sind, könnten wir eigentlich die FIM-Fabrik machen. Das ist doch FIM, ne? FIM-Pop. Oder wir gehen erst Richtung Norden. Nee. Wir gehen Richtung... Tja, gute Frage, ne? Ich würde sagen, wir machen das zuerst. Ja, machen wir das zuerst. Genau. Okay, also Richtung Süden erst mal. Ja. Kommst du? Gehen wir. Nick, hier lang. Ja, ist alles verseucht. Ja, alles. Deswegen ist das rot. Ja. Nick, bist du da? Ja, ich höre dich. Komm, wir gehen. Gucken wir, ob genau jemand ist. Aber ich glaube, wir müssen hier irgendwo runter. Ach, hier können wir, glaube ich, runter, ne? Warte mal. Was ist da für ein Raum? Wieso bin ich denn so schwer? Können wir hier raus? Nö, aber hier. Guck mal hier. Aber eine Dose nimm dir alle. So. Können wir mitnehmen? Ich schmeiß hier mal andere Sachen hin. Warte mal. Wir haben hier eine doofe Impro aufgehoben. Die schmeiß ich jetzt mal ab. Was haben wir denn? 4,81. Die schmeiß ich ab. Die Machete. Die Pistole. Ach, die habe ich, glaube ich, dem Dings weggenommen, ne? Ja, die Pistole. Das Sturmgewehr nehme ich auch weg. Das ist nämlich auch nicht gerade leicht. Okay. Können wir hier lassen. Komm. Wir müssen hier irgendwo runter. Der Ausgang ist da hinten. Ne, da ist der Eingang. Da ist er hergekommen. Wo geht es denn jetzt runter? Wir müssen mal gucken. Hier ist noch was. Warte. Da sind wir lang. Wir müssen doch hier irgendwo runter können. Warte mal. Hier vielleicht doch, ne? Ah, die Kommandozentrale. Wieder war mal hergekommen. Och, Mann, oh. Ja, das ist doch jetzt sau doof, oder? Sind wir hier nicht reingekommen? Ach, komm, wir gehen den anderen Weg zurück. Müssen wir hier nicht so lange drum eiern. Obso, hier ist kein Roboter mehr, der uns dagegen springt. Kommst du? Hallo, ich habe dich doch gerade gehört. Komm. 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 Hier waren wir drin, genau. Aha, da müssen wir wieder durch die Sperre. Oh, ich habe es geschafft. Du auch? Komm. So, jetzt sind wir wieder hier, ja. Okay. Hier runter. Hier rüber. Wir können zu behalten, Kram. Radiumgewehre, ja. Wir könnten hier noch Dürze von Radiumgewehre. So ein Teil und, 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 und. Sollst du was kriegen? So, jetzt gehen wir hier runter und dann kommen wir da auch wieder hin, wo wir waren. Moment, hier. Ich glaube, hier sind wir auch reingekommen, ne? Ja. Hm. Na ja. Woher mache ich mit dem? Funktioniert nicht schnell. Da waren wir auch schon. Okay, die Insel. Ja. 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 Oh, ist das ein, blödes Wetter, allen. Was hat der denn hier noch? Der hatte auch so ne Ausrüstung. Aber die habe ich... Hab ich ja den Dings gegeben. So ne Taucher-Ausrüstung. Ausrüstung. Die hatte auch so eine teure Ausrüstung. So, wo wollen wir denn hin jetzt? Müssen wir mal sehen. Wir gehen jetzt erstmal, würde ich sagen, nach dort. Ne, nach dort. Das heißt, wir müssen Richtung Süden. Süden oder Südosten. Und das sieht nach Südosten aus. Ja, was heißt hier Südosten? Das ist nicht Südosten. Süd-Süd-Ost. Ja, irgendwo zwischen Südost und Süden. So, gibt es hier noch einen Weg, wo wir lang können, oder? Wie geht es hier? Hier geht es nicht, ne? Ne, wir müssen nicht hier irgendwo lang. Na gut, dann gehen wir jetzt diesen Weg. Süd. Moment. Was ist denn die Kiri? Ja, die ist da gut. Was ist das vielleicht, wo wir schon hin müssen? Ja. Na, Captain. Hups, ich will mal gucken, was du da noch hast. Komm, wir gehen hier weiter. Ich glaube, ich schalte das mal wieder ein, dann sehe ich ihn doch besser. Also... Sonst die Aufseher gesucht. Bist du da? Ja, bist da. Hä? Wo komme ich denn hier nicht hoch? Ich bin bis der Weg ab hatten gekommen. Hier. Hier kommen wir lang. Das könnte sein, dass es das ist, wo wir hin wollen. Moment, mal schauen. Ja, es ist aber irgendwie auf der anderen Seite vom See. Hm. Weiß nicht, ob wir hier lang können. Oh, sieht gut aus. Ja, ich weiß. Hier gibt es eine Menge Strahlung. Ja, ich warte ja schon. Was ist das da? Ein Gartenzwerg. Muss man Gartenzwerge mitnehmen? Hm. Nö, der sieht so grisig aus. Den will ich nicht mitnehmen. Komm, wir gehen zu den Häusern hoch. Wir sind da, glaube ich, hergekommen. Hm. Jep. Oh, will ich nicht. Aber Hubblume nehme ich mit. Jetzt müssen wir mal gucken. Warte mal. Wir sind auf der Straße. Wir gehen in die falsche Richtung. Wir müssen da lang, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, komm, geht weiter. Wir müssen auf die Flasche zu, da hinten. Ach, wir sind fast da. Wie mir scheint. Es scheint eine Mutantenhochbuch zu sein. Ach, herrje. Ja. Ich befürchte, das muss ich speichern. So. Du warst aber sehr unaufhaltsam und aufmerksam. Musst du sagen, unaufmerksam. Ups, oh, Mensch. Hat mich ganz schön. Nein, hat man. Ja. Bist du heile? Wo bist du? Mir wurde gesagt, dass meine Detektei valentine Schilder grauenhaft aussehen. So, das kann sein. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. So, wo müssen wir denn hin? Ich will mal gucken, dass kurz gucken. Wim, pop. Wim, pop. Wim, pop. Was ist denn der Typ, den ich abgemockst habe? Hm. Der muss hier irgendwo sein, ne? Nicht zu finden. Außer Schreckliches. So, was ist das hier? Da ist noch eine Küchschwaage. Zack, hier müsste Kürbik. Ach, da liegt er doch. Ja, wir nehmen nur die Munition und Geld mit. Komm, ich glaube, wir können hier rein. Was meinst du? Kronkorken, Pop. Munition. Ja, auch, ne? Ja. Äh, ich denke, dass wir da auch rein müssen. Da kommen wir wohl nicht so ganz drumherum. Das ist die Fabrik, Decke, diemals geheime medizinische Einrichtung auf. Ist sie gleich schon hier vorne, oder? Ja, probier was mal. Firmenhauptsitz. Ah ja. Ich bin hier. Was ist denn der Leck eigentlich? Au, scheiße, was war das denn? Was war das denn noch? Warum konnte ich denn da jetzt nicht durchschießen? Das ist doch saublöd. Das ist ein Fehler. Da kommt jemand. Ich bin halt auch am Treten. Oh, du Fresse. Was ist das für Kusche? Hey! Du kannst da durchschießen. Warum kann ich da nicht durch? Das ist unfair. Oh, das muss ich doch mal gucken. Ah! Wo schießt der denn durch? Warte, ich muss nur nachladen. Dann komme ich wieder um die Ecke. So. Ich sollte wohl endlich meinen Aufstieg nehmen. Oh, wirst du wohl? Du bist ja, die wollen nicht. Wollt die Kohlkagen? Kohlkagen. Glasplitter, wie sie aussieht. Klapp mal in den blöden Dinger hier rum. Ich muss vor allem hier versorgen, dass der... Das ist ja cool. Hast ja gleich der Ding gestoppt, wa? Wo ist der Aufgang? Wo ist der Aufgang? Oh, das bringt was. Ja, warte, ich komme. Nix, Ratter, klar. Ah, ich bin tot. Und? Ich bin doch nicht tot. Oh, geplatzt. Ich will nix mitnehmen, was ich jetzt nicht brauche. Ähm. Äh. Äh. Ich muss eine Waffe nachladen, Moment. Wo ist Nick? Nick? Der ist da unten irgendwo. Bei dem scheint es gut zu gehen. Der hat sich einfach das Ding gestoppt, ne? Ja, hm. Jo, die muss ich nachladen. Oh, die glüht doch, die Waffe du. Guck mal. ha ha ist das voll heiß dass du auch so den kopf ja cool was ist denn hier grundkorken sind hier zumindest oder müsste ich wieder aus meinem ding raus lederrüstung scharf linkes bein charisma und gut mit dem sturm gehör ich muss da kurz war reingucken würde ich sagen oder passt du mal auf mich aus muss mich immer kurz ich glaube der war nicht wichtig sehr wichtig das sieht doch marketing aus auch nur da muss ich ja auch wieder erst das ist mir jetzt zu blöd leute komm mal wir machen jetzt einfach mal weiter hier würde ich sagen so nehmen wir mal ein bisschen die schränke auseinander wir müssen irgendwie darüber soweit ich das sehe dadurch wo kommen wir dahin fabrik dach aber wir wollen nicht das dach haben wir uns mal rein das zeug wird das schön leuchten so dass wir gleich mal ein ding zu mir nehmen hier schön dass es gemacht zusammengebrochen okay hier steht noch was guck mal ja da da bürde koch mit dem nein wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin ich habe so viele dinge was ist da die quellen teil ist da gut das heißt wir sind hier offenbar im falschen stock und da beschaffe das werkzeug nein sich dran wir müssen eine etage höher oder tiefer kombo geht das hier lang ich muss die anderen sachen ausschalten ich finde mich hier überhaupt nicht zurecht wird so lange das alles das machen wir jetzt auch aus das mache ich jetzt aus der muss irgendwie hinter mir herkommen findet die ladung mache ich auch aus so und jetzt haben wir als erstes das geheimnis glaube ich da wenn die warte mal hier müssen weil das glaube ich aha die medizinische ist das war das gewesen genau für den code decke die maß wo soll denn das sein da ja das ist aber der code habe ich das schon aufgehoben nein das kann ja nicht sein wir sind jetzt hier wir müssen in dieser fabrik etwas finden das sind wir ja hierhergegangen blöd wir haben schon vor leben am abgrund alle an bord ich finde diese ladung welches war das jetzt ich wir müssen das das war das doch oder genau deswegen sind wir hierhergekommen so irgendein geheimnis wird sagen in die richtung also gehen wir hier durch würde ich sagen oder 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 ich bin schon wieder auf den Knopf gekommen Oh, der hat auch eine, du. So, wo bist du eigentlich? Bist du unten? Nick, wo bist du? Wie ist der denn runtergekommen? Der muss unten sein. Aber wie ist er runtergekommen? Ich hänge hier irgendwo inzwischen. Ja. Wie hast du denn, wie bist du denn runtergekommen? Ich habe die Treppe nicht gesehen. Ja, genau. Bis Schluss geht der Impos scharf. Na ja. Aber ist nicht scharf. Ach, hier ist ja auch noch. Oh Mensch. So, komm, wir müssen versuchen hier weiter zu gehen. Der hat den. Hier runter? Moment. Ja, das sieht gut aus. Hier ist aber irgendwas. Ich glaube, wir sind nicht allein. Wir sind wohl nicht allein. Muss eine andere Waffe haben, die... Ja, okay. Nach Land. Sofort. Hier muss irgendwo ein Behemoth oder was sein. Das hört sich danach an. Lass mich mal vorgehen. Ich werde mal hier... Und... Das kommt von da. Oh, du kribbelkommst du. Ja, was? Blöde, ne? So was Blödes. Da müssen wir hin. Da hinten ist ja noch... Nein, es tut mir gar leid. Die ganze Fabrik ist voll vor denen. Nein. Das wird ein guter Kampf. Falsche Waffe. Moment, ich muss sie... Diese Waffe ist einfach wirklich gefährlich. Nimm das! Du hast echt Eier. Naja... Hach ist Eier. Was sag mal, was kann man so in meinem Errohke blödes Vieh? Hach ist hier, wie der Errohke fällt. Ich glaube, ich muss hier weg. Ich stehe genau in der Falle. Oh, scheiße. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Warte. Schnell. Tja, wenn es nicht anders geht. Nein, ich will das nicht. Ich gewinne nicht, oder ich gewinne nicht. Aber, das will ich nicht. Moment, ich muss mal an die Seite. Nein, was soll denn das? Ich habe sie eben doch getroffen. Och, Mono. Ich muss gegen die Wand geschossen haben, oder? Da war wieder angeblich was, und ich habe es... Da war aber nicht zu sehen, oder so. Ist doch doof, so was. Wo müssen wir denn lang? Komm, wir müssen gleich die Treppen hoch. Gut, da müssen wir mal versuchen. Da oben scheinen die zu sein. Äh, wo denn? Äh, wo denn? Oh, das war die... Nein, scheiß Waffe! Ah! Lass die blöde Waffe weg! Moment, ich komme da oben. Das geht, muss anders gehen. Ohne, dass ich mich niederwalze. Ja, vor allem, wenn ich jetzt da oben komme. Ist das müde oder nicht? Sie kommen ja gar nicht durch. Hier vielleicht. Oh, kleiner Mistfink. Oh! Ich habe was gefunden! Wir müssen nicht ab... Entschuldigung, ich habe die Nase hochgeschoben. Ich kann jetzt keinen Taschenbuch nehmen. Oh, eigentlich weiß ich, was ich lassen kann. Ich will eigentlich die Kronkauke wenig mitlegen. Hier hast du... Nein! Oh, was soll denn der Schwachsinn jetzt? Das wollte ich doch. Mano! Hier hast du was. Ah, nein, 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 nein! Oh, saurig, Fußfreiheit. Nimm das! Was ist das? Oh, ich bin schon wieder tot. Moment, die andere war so schnell. Nachladen. Nachladen. So. Ich bin nicht verschwunden. Ich stehe hinter dir wahrscheinlich. So, jetzt muss ich gucken, wo ich meine Jett habe. Jett wollte ich gucken. Habe ich die überhaupt? Hier, Herr. Nein, ich bin... Ja! Nein, was habe ich die jetzt für eine bescheuerte Waffe? Sie brückt mich weiter, wa? Ich glaube es ja wohl nicht. Wo ist meine Fünfer? Das ist ja schon wieder diese doofe Waffe in die Heim. So, ich merke das. Das ist ja ganz schön heftig. So, jetzt nochmal. Und jetzt muss ich Jett haben. Oh, nicht die! Ich habe die Waffen falsch gelegt. So, Mist. Irgendwie liegt hier was falsch. Ich brauche Jett. Jett muss ich doch haben. Ja, aber wenn ich die falsch ablege, ne? So, dann lüchte mich die doofe Waffe. Kann ich doch jetzt gar nicht gebrauchen. So, jetzt nochmal gucken. Ist das jetzt richtig? Ich brauche Jett und Radix. Ja, gut. Nix Angst. Ich will nur einfach nicht zusammen geschossen werden. Wo ist Nick eigentlich? Der muss verletzt sein oder so. Oh, ja. Geh! Mann, ist der schwer zu töten. Könnte das sein? Das dauert ja ewig. Letz' haben wir gleich. Ja. Ich muss gucken, wo Dings ist. Da bist du ja. Ich hab dich zumindest gehört. Wo bist du? Da bist du. Hast du dich versteckt oder was? Oh, da hat der Fat Man. Ja, wo würde der Fat Man verwenden? Was du nicht mehr tragen kannst in meine Richtung. Wo lagst denn dieser? Der ist irgendwo eingesperrt, glaube ich. Oh, das war ja heftig. Guck mal. Äh, Nick. Steck ein da. Ja, komm, nimm das Ding. Das hilft bestimmt. Ich hab zu viel Sachen wieder. Oh, ich hab zu viel wohl. Ich muss was trinken. So. Der Buffer. Und nehm ich noch Buffer. Drei Stück. Bier sauf ich jetzt nicht. Aber wir essen noch einen gegrillten. So. So. Mal gucken, was wir noch haben. Wir könnten natürlich noch Serum nehmen. Oder so eine. Die ist bestimmt gut. So. Hast du geschafft? Los. Komm. Die nehmen wir mit. Ob ich da kurz reparieren kann? Ich glaube nicht, dass da unten einer rumbrüllt. Hier ist keiner. Warte, ich komm wieder hoch. Oh, scheiße verdammt. Ich wollte doch auf das Geländer drauf. Das war zu weit. Wo ist der, der immer sagt, komm her, Mensch, Mensch, Mensch. Hier ist gar nichts weiter zu kommen. Ist der da drin? Hallo. Komm her, Mutti, Mutti. Komm, mein kleiner Mutti, Mutti. Der muss irgendwo hier sein, aber... Ich höre ihn von links. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Nein, wir kommen hier nicht durch. Du wirst uns noch merken, wo das ist. Wir gehen mal runter, würde ich sagen. Ach, das können wir später alles machen. Wir gehen jetzt hier hin. Wir gehen mal da drauf zu. Wir gehen mal da drauf zu. Wir gehen mal da drauf zu. Ja, wo ist der andere denn? Da ist doch schon wieder ein zweiter. Aber Felix, da ist doch schon wieder ein zweiter. Ich sehe den nur nicht. Der ist ja überhaupt nicht raus zu kriegen. Oh, der Treffer ins Gesicht! Oh Das war echt schrecklich Was für ein Kampf Haben wir sie denn jetzt alle bis auf das getrampelt dieses Laute Das können wir ja immer noch machen Ich will ja eigentlich hier rein Entsperren Okay, pass auf Da gehst du aber nicht wieder einzeln Und nicht rumspielen Wir haben keine Zeit Ich weiß nicht warum sie den überhaupt verschlüsselt haben Gut, dann lass mich mal hin Er gehört dir Nick, steig gleich Ja, gleich wieder rein da Kann ich was für dich tun? Guter Plan Na, machst du oder machst du nicht? Jo, machst du Okay Sicherheitstür Jo, das Ich hab ja deswegen gekommen extra So, ich werd mal ein anderer vernehmen Ich glaube Bist du das? Das Fahrstuhl Komm Ich geh mit dem Fahrstuhl runter Oder willst du hier oben aufpassen? Ja, das klappt wohl nicht so bitte Ah, ich muss runter jetzt Komm, ich geh runter Ach, du spring Du beamst dich, okay Juck, das war schon das Beam, oder? Ja, bist du da Sag, du beamst dich So Okay, wo sind wir hier? Ich kann mal ein bisschen Hirnpilz mitgeben Aha Ich glaube, wir sollen buddeln, ne? Anonymes Grab Okay Da liegt jemand drin Ich würde mal sehen Ah, da ist eine Ding Kopf mitnehmen Kopf mitnehmen Ja Es ist als würde alles, was man ist, herausgewissen und durch etwas jemand anders ersetzt Ich bin bereit Ich Ich wünschte nur, ich könnte allen Lebewohl sagen Niemand darf davon erfahren Hier geht es nicht nur darum, Fahrhaber zu infiltrieren, sondern darum, der Mensch zu werden, den die Sünds brauchen, die hier ankommen Es ist vernünftig, sie als Lebewesen zu akzeptieren Sie sind nicht besser oder schlechter als Menschen Wenn Sie Hilfe benötigen, nutzen Sie bitte die Sprechanlage Das alles ist verloren, wenn jemand bemerkt, dass es künstlich geschaffen wurde und du ein Sünd bist Musste sie sterben? Die Frau, die ich ersetze Gott Sie ist so wunderschön, wie sie dort liegt Bitte nicht Ihr Blut klebt an meinen Händen Okay Muss ich jetzt mit Nick reden? Ich glaube nicht, ne? Komm, wir gucken erst mal, was da noch ist So, hier ist noch ein bisschen Ja, ein technisches Dokument, nehme ich mit So, da ist andere Gruppe Okay Scan-Vorgang, zugelassener Benutzer registriert Sünd-Prototyp, medizinischer Bereich freigeschaltet Wer bist du? Ich bin Kai 1.1, eine Computerintelligenz, die medizinische Einrichtungen steuert Genauer gesagt, den Raum hinter dieser Tür Sie entsprechen allen Spezifikationen für einen zugelassenen Benutzer Ehrlich gesagt, sind diese sehr gering Das muss Dimas Werk sein Er hätte nie vermutet, dass jemals ein anderer Sünd-Prototyp auf der Insel sein würde Wir sollten alles mitnehmen, was nützlich ist Okay Sieht aus wie ein Operationsseiler oder so Wir können nicht so viel mitnehmen, auch wenn wir es wollten Ich nehme aber auf jeden Fall die Grundkorken mit Und natürlich Munizur, wenn wir finden Ja, die Mine Ich weiß nicht, wie schwer ist die Ja, die wicht auch schon 0,5 Ja doch, die kann ich aber noch nehmen Die brauche ich nicht Was ist da? Die liegt an der Waffe Dezemberkind Wow Was ist das denn für eine? Leichter Und verwendet Ausgezeichnet 5,56 Millimeter Munition 25 höhere Feuerrate Und 15 Hey Die scheinen cool zu sein Aber die richtig aufpeppen? Ja, die nehmen wir natürlich mit Die kannte ich noch nicht Sind noch mehr solche Überraschungen? Simplacomber? Tja, das war es glaube ich schon, ne? Tja Also das war es jedenfalls, würde ich sagen Im Prinzip könnten wir hier auch machen, dass wir wieder rauskommen Aber mich interessiert natürlich, warum da so ein Beomauß rumrumst Das hört sich hier fast ja nach an Ich muss mal gucken So sollte das Leben sein Also, was haben wir denn jetzt erreicht? Bringt niemals Geheimnisse in Erfahrung Das haben wir gemacht Ja, ja Das ist gut Dann haben wir jetzt auch erstmal hier Ja, wir machen im nächsten Video weiter Und dann schaue ich mal, was wir dann machen Ja, okay Ja, okay Ja, okay Vielen Dank.